Was ist die Rote Kuh? Weil man das Thema natürlich immer wieder findet, auch im Internet. Und es gibt in 4. Mose 19, gibt es darüber eine, oder die Bibelstelle, die da immer wieder zu gelesen wird oder gesucht wird, oder worauf sich das dann auch alles bezieht oder wo es herkommt. Da steht in Kapitel 19, Yahweh, sagte, ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung, Yahweh sagte zu Mose und Aaron, das ist die gesetzliche Anordnung, die Yahweh erlassen hat. Sag den Israeliten, dass sie dir eine rote junge Kuh bringen, die ohne Fehler ist, an der sich kein Makel findet und die noch kein Joch getragen hat. Dann übergebt sie dem Priester Eliezer, der soll sie vor das Lager führen und man soll sie dort in seiner Gegenwart schlachten. Dann soll der Priester Eliezer mit dem Finger von ihrem Blut siebenmal etwas in Richtung auf die Vorderseite des Zeltes der Gottesbegegnung hinsprengen. Dieses Zelt der Gottesbegegnung ist die Stiftshütte. Ich blende die hier mal kurz ein, das ist das Zeltheiligtum, was mit Israel 40 Jahre in der Wüste war, wo Gott gesagt hat, dass sie dieses Zeltheiligtum auch mit sich führen sollen. Anschließend soll man die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen. Ihre Haut, ihr Fleisch, ihr Blut und den Inhalt ihres Magens soll man verbrennen. In dieses Feuer hinein soll der Priester Zedernholz, Üsop und Karmesinstoff werfen. Zedernholz ist klar, ja, Üsop gibt es hier eine Anmerkung. Üsop, ein Busch mit stark riechenden Blättern, der bei Reinigungsopfern zum Besprengen verwendet wurde. Seine Stängel werden bis zu 80 Zentimeter lang, also das ist ein Busch mit stark riechenden Blättern und Karmesinstoff. Karmesin, die scharlachrote Farbe, wurde in der Stiftshütte und der Priesterkleidung verwendet. Also in dieses Feuer hinein soll der Priester dann nochmal Zedernholz, Üsop und Karmesinstoff werfen. Dann soll der Priester seine Kleidung waschen und seinen Körper in Wasser baden. Danach darf er ins Lager zurückgehen, er wird aber bis zum Abend unrein bleiben. Auch derjenige, der die Kuh verbrannt hat, soll seine Kleidung waschen und seinen Körper in Wasser baden. Auch er wird bis zum Abend unrein sein. Jemand, der rein ist, soll dann die Asche der jungen Kuh einsammeln und dann einen reinen Platz außerhalb vom Lager bringen. Dort soll die Asche für die Gemeinschaft der Israeliten aufbewahrt werden. Sie ist für das Reinigungswasser bestimmt. Es ist ein Sündopfer. Derjenige, der die Asche der jungen Kuh eingesammelt hat, soll seine Kleidung waschen. Er wird bis zum Abend unrein sein. Das folgende soll eine immerwährende Ordnung für die Israeliten sein. Und für die Fremden bei ihnen, Doppelpunkt, Wer einen Toten berührt, den Leichnam eines Menschen, wird für sieben Tage unrein sein. Am dritten Tag soll er sich mit diesem Wasser entzündigen und wird dann am siebenten Tag rein sein. Wenn er das nicht tut, wird er auch am siebenten Tag nicht rein werden. Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entzündigt, hat die Wohnung Jahwes unrein gemacht. Er soll aus Israel beseitigt werden. Das ist das große Problem bei den Juden, zumindest bei den orthodoxen Juden, dass sie diese Reinigung nicht haben. Sie haben keinen Tempel, sie haben keine rote Kuh, mit der sie sich reinigen können. Wenn sie einen Leichnam haben, haben sie ein Problem damit, mit der Beerdigung und diesen ganzen Themen, weil sie halt keine rote Kuh haben und auch kein Reinigungswasser. Folgendes Gesetz gilt, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt, Doppelpunkt, jeder, der dieses Zelt betritt, und jeder, der sich darin befindet, wird für sieben Tage unrein sein. Jedes offene Gefäß, auf dem kein Deckel festgebunden ist, wird unrein sein. Und jeder, der auf dem freien Feld einen berührt, der mit dem Schwert erschlagen wurde, oder einen Verstorbenen, oder die Knochen eines Menschen, oder ein Grab, wird für sieben Tage unrein sein. Das heißt also, wenn die orthodoxen Juden auf den Ölberg gehen und dort die Gräber anrühren oder dort Steine ablegen, dann werden sie eigentlich kultisch unrein und sie bräuchten dieses Wasser dieser roten Kuh, um sich wieder zu reinigen. Aber sie bräuchten auch einen Tempel und sie bräuchten einen hohen Priester, das alles haben sie nicht. Um die Unreinheit zu beseitigen, nehmt ihr etwas Asche des verbrannten Sündopfers in ein Gefäß und gießt frisches Wasser darüber. Dann soll ein reiner Mann einen Üserbüschel in die Hand nehmen, ihn in das Wasser eintauchen und damit das Zelt, die Gefäße und die Menschen, die dort gewesen sind, besprengen. Auch die Person, die die Knochen oder den Erschlagenen, den Verstorbenen, oder der das Grab berührt hat. Ein Reiner soll den Unreinen am dritten und siebten Tag besprengen und ihn so entsündigen. Dieser soll seine Kleidung waschen und sich dann in Wasser baden. Am Abend wird er dann rein sein. Wenn aber jemand unrein wird und sich nicht entzündigt, ein solcher Mensch muss von der Gemeinschaft beseitigt werden. Denn er hat das Heiligtum Jahwes unrein gemacht. Es ist kein Reinigungswasser auf ihn gesprengt worden, er ist unrein. Das ist ein Riesenproblem für die orthodoxen Juden, weil die eigentlich alle kultisch unrein sind. Die werden das irgendwie wieder weg erklären wollen, weil das nachtemplische Judentum, also das Judentum, das nach der Zerstörung des zweiten Tempels, das rabbinische Judentum, was sich da etabliert hat, das ist nicht das Judentum des Alten Testamentes, sondern das hat sich neu erfinden müssen, weil die halt keinen Tempel und keine Reinigung mit dieser roten Kuh hatten. Also das rabbinische Judentum, was wir heute sehen, ist ein anderes Judentum als das, was wir von der Bibel kennen. Es ist kein Reinigungswasser auf ihn gesprengt worden, er ist unrein. Das soll eine immerwährende Ordnung für sie sein. Auch der, der das Reinigungswasser versprengt hat, soll seine Kleidung waschen. Und wer mit dem Reinigungswasser in Berührung kommt, ist bis zum Abend unrein. Alles, was ein Unreiner berührt, wird unrein sein, und wer einen unrein berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Also zunächst mal, um das vorwegzunehmen, dieses rote Kälbschen, diese rote Ferse heißt das eigentlich, also ein Kalb, was weder gesäugt hat noch einen Pflug gezogen hat, das ist unser Herr Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat und der hinabgefahren ist ins Totenreich und, wenn man so will, als Brandopfer gebracht wurde. Alles an ihm wurde verbrannt für uns, für unsere Schuld. Und dieses Reinigungswasser, was benutzt wurde und verwendet wurde zur Reinigung der Stiftshütte, das heißt ja, dass dieses Opfer benutzt wurde, um den Tempel zu reinigen, das hat Christus gebracht und sein Tempel ist die Gemeinde Jesu. Wir sind der dritte Tempel. Ich habe da einige Videos auch schon mal zu gemacht. Das heißt, Christus hat durch sein Opfer auf Golgatha die Gemeinde gereinigt. Und wenn jemand einen Toten angerührt hat oder so, dann ist er sieben Tage unrein und am dritten Tage soll er mit diesem Wasser dann gereinigt werden und dann soll er wieder rein sein, aber er bleibt unrein bis nach dem Ablauf des siebten Tages. Das ist fast ein Bild für die Gemeinde Jesu, die zwar rein ist in Christus, aber immer noch den alten Menschen mit sich trägt und immer noch mit dem alten Menschen immer noch dem Gesetz der Sünde dient, aber mit dem neuen eigentlich gereinigt und geheiligt ist. Das heißt, jemand, der in Christus ist, der hat diese rote Kuh. Und die Juden müssen natürlich in Unverständnis ihres eigenen Tanachs diese rote Kuh haben. Und jetzt gibt es einige fundamentale orthodoxe Juden in Israel, die wollen gerne dieses Opfer dieser roten Kuh wieder haben, weil in Amerika ein Christ wohl mit Genmanipulation Kühe gezüchtet hat, die komplett rot sind, weil die Kuh darf nicht mehr als zwei weiße Haare haben oder schwarze Haare. Und deswegen wird hier auch ganz aufmerksam von den Orthodoxen immer untersucht, ja, mit Lupe und an allen Körperstellen, damit man auch weiß, dass die auch nur rote Haare hat, weil das ist ja typisch Gesetzesreligion, ja. Da darf also kein anderes Hairline dran sein. Eins darf, aber nicht zwei. Typisch Gesetzesreligion. Aber das Erstaunliche ist jetzt natürlich, dass ein Nicht-Jude diese Kühe wohl gezüchtet hat und dann auch noch mit Genmanipulationen. Und die bringt man jetzt nach Israel, die sind auch schon da. Und angeblich gibt es auch schon irgendwelche Schreiben, die irgendwie genehmigen sollen, dass dieses Opfer gebracht werden solle und dass irgendein Altar in Shiloh aufgebaut sei in Israel. Also das alles, ich will mal so sagen, das sind die Bemühungen des orthodoxen Judentums, des rabbinischen Judentums, irgendwie wieder ihre Ordnungen herzustellen, die sie bitter nötig haben, weil sie sonst unrein sind, ja. Und das seit 2000 Jahren. Aber von der biblischen Prophetie her hat die rote Kuh überhaupt keine Bedeutung, ja. Die Juden können die rote Kuh schlachten, dann schlachten sie sie halt, ja. Und dann streuen sie ihr Wasser auch irgendwo oder ihre Asche in Wasser und dann haben sie ihr Reinigungswasser wieder. Und der Talmud berichtet auch davon, dass auch während des Exils, also seit der Zerstreuung der Juden aus Israel, ich glaube ein oder zwei rote Kühe geschlachtet worden sind und die Asche dann verwendet worden ist zur Reinigung. Das ist ein alttestamentliches Bild, ja. So wie die Erhöhung der Ehrenschlange in der Wüste, ein Bild ist auf Golgatha, so ist auch diese rote Kuh ein Bild auf Golgatha, diese rote Ferse. Wenn die Juden jetzt zur Vergebung ihrer Sünde eine Ehrenschlange in der Wüste erhöhen würden, ja, dann würde das wahrscheinlich auch so einen Riesenaufstand geben. Machen die aber nicht, weil die diese Ehrenschlange jetzt nicht so sehr vermissen, ja. Ja, bei der roten Kuh, da steht halt drin, dass die zur Reinigung notwendig ist, wenn man einen Toten angerührt hat und einige andere Dinge getan hat, die kultisch unrein machen. Aber wenn selbst wenn die Juden jetzt diese roten Kühe da schlachten würden, und es geht ja rauf und runter im Internet, ja, dann ändert das nichts daran, dass Jesus schneller käme oder dass es notwendig wäre für irgendeinen dritten Tempel oder dass der Bau des dritten Tempels irgendwelche endzeitlichen Prophetien da in Erfüllung bringen würde. dass dieser Meinung ist man, wenn man irdisch gesinnt ist, ja, wenn man auf das Sichtbare sieht. Die Juden können, Entschuldigung, dass ich das ein bisschen übertrieben sage, ja, die können drei oder zehn oder 15 Tempel bauen und dann kommt Christus immer noch nicht, weil Jesus Christus seinen eigenen Zeitplan hat. Und er hängt nicht davon ab, ob die Juden irgendeine Art von Tempel bauen, was sie überhaupt nicht sollen, ja. Die Juden sollen nicht einen Tempel bauen, sondern die Juden sollen sich zu Jesus Christus bekehren. Und wenn die sich zu Jesus Christus bekehren, dann wollen die keinen Tempel mehr bauen, dann wollen die auch keine rote Kuh mehr, weil die dann wissen, dass das alles in Erfüllung gegangen ist in Jesus Christus. Die würden auch keine, eher eine Schlange mehr in der Wüste aufrichten, wenn jemand von einer Schlange gebissen würde in Israel, ja. Das ist alles vorbei. Das sind alttestamentliche Bilder. Und wir leben nicht mehr in diesen alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Das ist ein Unterschied, ja. Dass das im Internet immer rauf und runter jetzt geht und alle möglichen Berichte da sind und das reißerisch erzählt wird. Das gibt wahrscheinlich dann jede Menge Klicks. Aber in Bezug auf die biblische Prophetie ändert das gar nichts. Das ist eigenwilliger Gottesdienst der Juden, die eigentlich, um das nochmal zu sagen, an Jesus Christus glauben sollten. Das war ja ihr Messias. Und die Welt hat an Christus geglaubt und die Juden glauben bis heute noch nicht daran. Und wenn die jetzt in Israel da unten 10 und 15 und 20 Kühe opfern, ändert das nichts daran, dass das einzige Opfer, was vor Gott gilt, Jesus Christus ist. Und das, was er auf Golgatha gebracht hat. Und die Bemühungen der Israeliten und der Juden, insbesondere des rabbinischen Judentums, das hat mit den Wahrheiten der Schrift, die in Christus durch Gottes Geist im Neuen Testament offenbart sind, überhaupt nichts mehr zu tun. Also jetzt als Christ sich wegen sowas ins Boxhäuen jagen zu lassen oder unruhig zu werden, das ist nicht nötig. Sondern wir bleiben einfach an unserem Herrn Jesus Christus. Man sieht das, da werden auch noch andere Dinge kommen. Die werden auch noch versuchen, auf dem Tempelberg zu opfern. Alle möglichen Dinge. Aber das beschleunigt nicht das Wiederkommen Jesu Christi. Das können die Juden auch nicht, weil wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Das ist heftig, wenn man das sagt. Und ich weiß, dass das eine ganz schwierige Aussage ist. Aber das steht halt in der Bibel. Und das muss auch klar bleiben. Das muss man immer wieder auch so sehen und predigen, weil das die Menschen frei macht und beruhigt und zu Christus führt und stark macht im Glauben. Und nicht panisch von einer Sache zur anderen rennen lässt. Und nochmal, selbst wenn die Juden einen Tempel bauen, das kann ja sein, würde sich die Prophetie Gottes dadurch nicht beschleunigen. Kann auch sein, sie bauen keinen Tempel. Kann auch sein, sie opfern keine Kuh. Kann sein, sie opfern eine Kuh. Das ist unerheblich. Das spielt keine Rolle. Aber die Menschen, die auf das Sichtbare achten, die lassen sich davon jetzt natürlich dann beeindrucken und beeinflussen. Sollen wir aber nicht tun. Wir sollen aufs Wort Gottes achten. Also so mal ganz kurz meine Einschätzung. Ich hoffe, dass ich das so in kurzen Worten irgendwo einfangen konnte. Ich glaube, dass das erst dann interessant wird und auch biblisch wird, wenn man diese Praktiken, die mit dieser roten Kuh dort beschrieben werden, in 4. Mose 19, wenn man die auf Christus auslegt, und dann wird das zum Evangelium. Das heißt, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann wird es zum Neuen Testament. Dann finden wir auch dort Christus und sein Opfer und wir finden, dass Menschen unrein sind, wie auch wir als Menschen aus der ganzen Welt unrein sind, weil wir schuldig sind vor Gott, weil wir Sünder sind, weil wir Gottes Qualität nicht mehr haben und rein werden durch das Opfer Christi. Und immer noch, obwohl wir nach dem dritten Tag dann gereinigt wurden durch dieses Reinigungswasser, immer noch unrein sein sollen bis zum Abend. In Israel dauerte der Tag bis zum Abend, dann fängt ein neuer Tag an. Und dieser neue Tag, der fängt an, wenn Christus wiederkommt und dann wird alles offenbar werden. Darauf warten wir sehnsüchtig und wir warten nicht auf das Opfern einer roten Kuh oder das Bauen irgendeines Tempels in Israel. Soweit mal kurz zu diesem Thema. Ich predige nicht so gerne über die Sachen, die gerade im Mainstream da die Straße rauf und runter laufen. Aber ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, da mal ein paar Worte zu verlieren. Wen diese Dinge interessieren mit dem Tempel, den verweise ich gerne auf mein Video. Ich habe jetzt gerade ein Video hochgeladen von Bibeltagen in Klagenfurt oder bei Klagenfurt. Und da haben wir auch über den dritten Tempel gesprochen. Der dritte Tempel hängt zusammen mit der Wiedergeburt. Mit Jerusalems und mit der Gemeinde Jesu. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ich verlinke euch das mal hier. Ich weiß nicht, ich glaube hier oben, da oben in der Ecke. Und dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Das ist ein interessantes Thema, aber man muss das neutestamentlich sehen und sich nicht von den alttestamentlichen Vorschriften dann verwirren lassen. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten in Christus. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Amen. 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 Amen.